BATALFIELD Servus liebe Leute, weiteres Battlefield, äh schmarrn, ähm Black Ops 3 Gameplay Zweite Runde Andere Map Und wie ihr gesehen habt, glaube ich, ich weiß nicht ob ihr es schon gesehen habt Die Lobby ist stumm, aber viele Viele von denen schnallen es anscheinend nicht Ich bleibe jetzt mal hier bei der Waffe, da habe ich jetzt schnell 10 oder so Schauen wir uns mal den Ping an 50, keine Ahnung Ich weiß ja nicht ob es so bleibt Achso, die Map habe ich schon mal gesehen Ich weiß ja nicht ob es so bleibt Oh, ich wollte eigentlich noch etwas einstellen Wo sind sie? Wo sind sie? Die umlaufen uns bestimmt Da, der Wall Da, der Wall Aha Kann ich da hoch springen? Ja, da kann ich rauf springen Pulverisiert Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Ah Ah Hab ich den noch erwischt? Ne Scheiße Ich bin ja auch nicht so ein Hupfer Da kommt einer Ich mag das auch nicht so Wo? Ah Ja, den habe ich nicht gesehen Der hat uns wahrscheinlich eben doch umlaufen irgendwie Da ist er Da ist er Ah, wieso stirbt der nicht? Super, die haben schon Drohnen mehrmals und wir noch gar nichts Da ist einer Outrider erledigt Outrider erledigt Achso, ich wollte mit der Waffe Könnte ich mir aufheben Was ist das? Was war denn das? Keine Ahnung Aber das war jetzt heftig Habe ich noch eine Granate? Ja, klar Da wird er gestorben Wo ist der? Aha Die kommen bestimmt von hinten Oder irgendwo, keine Ahnung Ich weiß nicht wo die sind Ah Boah Ziel erledigt Jetzt kommen sie von hinten Aber wieso Bin ich nicht gemutet? Ne, doch nicht Verbündete Drohne nähert sich Nein Super, das ist schon das zweite Mal, dass der mich so flatt gemacht hat Der Penner Boah Ja, da kommt Ja, Map Kenntnis ist halt schon enorm wichtig Aber das ist bei allen Maps so Bei allen Spielen so Wo ist denn? Ach der ist schon tot Das ist nicht schlecht Oh, wieso werde ich jetzt so langsam Nur ein Hitmarker Wo ist der Penner? Wo ist der Penner? Ah, der tut sich Der hat so einen Zeitraffer Dingsbums oder sowas Ah, habt ihr das gesehen? Granate Das war jetzt unfair Nein, nein Ja, wir haben gut verloren Feindliche Drohne nähert sich Schau mal, wir haben nicht eine Drohne Okay Aber die Waffe ist ja scheiße Keine Ahnung, was das ist Ah, ah Verbindung unterbrochen Äh, typisch Das ist das wieder, was mich nervt Was soll das? Ach komm Das ist das Call of Duty Scheiße Wenn das das ist Wieder Äh, super Ja, und jetzt? Kann ich weiterlaufen Und Da ist einer Behindert ist sowas Naja Also haut rein Ciao